Halunken, wir befinden uns im wilden Westen, Wild Revolvers, neues Update. Was geht ab, Halunken? Wir spielen heute Wild Revolvers als, ich hab keine Ahnung, ist noch nicht fest, als Sheriff, wer als erstes 51 Kicks gemacht hat, gewinnt. Wir spielen den Modus Team Deathmatch, das heißt Sheriffs gegen Cowboys und ich spiel für immer in der Ego-Perspektive, weil ich das einfach besser kann in dem Spiel. Wir haben schon einen Revolverskin und sehen einfach zu, dass wir jetzt die bösen Cowboys niederstrecken, damit unsere Stadt natürlich sicher bleibt. Und damit holen wir auch schon den ersten hier weg, laufen hier um die Ecke und schauen, was passiert. Oh, da oben hat sich einer versteckt, wir müssen da aufpassen. Ich bin der Meinung, wir sollten hier ein bisschen vorsichtiger spielen, weil in dem Modus muss man nur einmal getroffen werden, dann ist man schon ausgeschaltet. Das war übrigens unser zweiter hier. Und der dritte kommt dann zugleich, wir suchen noch weiter hier, wo sind die denn? Sind die alle hier oben? Eine schöne gediegene Rolle hier in die Seite. Und Nummer vier erwischt hier, oh, da ist Nummer fünf. Pabam! Und dann werden wir hier komplett durchrocken. Wir sind momentan auf Platz eins mit fünf Treffern. Seht ihr da rechts? War da einer? Na, ist von uns. Und, oh, daneben. Sechs. Sieben. Oh Gott, daneben. Ah! Acht! Gott, wir rocken ja hier richtig gerade. Falls euch das Spiel gefällt, lasst mir das... Falls ihr auch mal Shooter sehen wollt, dann gibt's das häufiger. Habe ich bisher noch nicht gemerkt. Ich spiele privat tatsächlich auch viel Arsenal. Okay, da haben wir noch einen. Und, ähm, ich würde das dann öfter bringen. Wie gesagt, könnt ihr auch gerne Spiele in den Kommentaren vorschlagen, die ihr gerne mal sehen wollt. An Shootern. Und wir rocken hier gerade... Nein, er hat mich erwischt. Wir rocken hier gerade ziemlich. Wie gesagt, lasst mich in den Kommentaren wissen, falls ihr mehr Shooter sehen wollt. Und welche könnt ihr da auch welche vorschlagen. Dann machen wir das häufiger. Ihr könnt auch gerne immer mitspielen. Haben gestern zum Beispiel in Discord noch lange gespielt. Da habe ich sogar eine Runde mit 30 Treffern geschafft. Äh, was meine Bestleistung momentan war, glaube ich. Ihr könnt mir ja auch gerne mal schreiben, wie viele ihr so immer macht pro Runde. Und auch mal mitspielen. Wir hatten echt viel Spaß. Wir haben ein paar in der Community... Ah ja, gut, da hatte ich keine Chance. Wir haben ein paar in der Community, die wirklich gut sind. Ähm, und lasst einen Daumen nach oben dann. Ich sehe dann immer, hey, gefällt mir. Du machst gute Videos. Mach weiter so. Und euer Feedback in den letzten Tagen ist sowieso so grandios. Ihr schreibt mir immer wirklich persönlich auch im Discord, hey, deine Videos, auch wenn das nicht so in meinem Spiel sind, die sind super unterhaltsam. Oh. Und super gut. Mach auf jeden Fall weiter so. Und viele von euch mögen sogar Roblox. Haben jetzt angefangen Roblox zu spielen dadurch. Und, ähm, ehrt mich sehr. Ihr sagt mir so liebe Worte immer, wie cool ihr die Videos findet. Oh. Wie konnte der mich denn noch treffen? Ach, der war da oben. Und das, äh, wie gesagt, das ehrt mich sehr. So. Wir sind immer noch auf Platz 1 mit 17 Treffern bisher. Wir bringen die Sherry's hier gut nach vorne. Oh, der war schnell. Und das Spiel ist auch tatsächlich für Mobilgeräte optimiert. Das heißt, ihr müsst nicht, ihr müsst nicht zu 100% drauf sein, sondern es gibt so ein bisschen Aim-Hilfe. Ihr müsst also nur ein bisschen drauf sein auf dem Gegner und dann schießen. Dann trefft ihr. Ich habe auch schon einen coolen Skin. Seht ihr ja hier diesen Lava-Revolver. Den habe ich gestern gezogen. Und wie bin ich auf das Spiel gekommen? Das war gestern tatsächlich in der Beliebt-Kategorie. Und ich will ja auch immer noch mein eigenes Spiel machen und überlege immer noch, überlege immer noch, was man machen könnte. So was hier könnte ich mir nämlich sehr gut vorstellen. Der hier ist gar nicht so schlecht. Den versuchen wir jetzt mal auszutricksen. Komm her. Ah, der schießt einer von hinten durch mich. Oh. Nee, der war, oh. Wie hat er das denn gemacht? Er hat mich ausgetrickst. Ah. Respekt, Adam. Hast du gut gemacht. Ich glaube zwar nicht, dass du das Video hier siehst, aber falls... Doch. Da ist meine Rache. Falls doch, hast du gut gemacht. Pam. Da haben wir noch einen. Damit sind wir bei 23 Treffern. Und tatsächlich rocken wir hier gerade den Server. Und da kriegt Adam noch einen weg. Und noch einer weg. Und noch einer weg. Und das war es auch schon. Haben wir die erste Runde geschafft. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. So, Hallucken. Schon befinden wir uns in der zweiten Runde als Cowboy auf Reston Falls. Und wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das jetzt hier zu Ende bringen. Wie gesagt, wer wieder 51 Kills macht, das Team hat gewonnen. Äh, die Map selbst ist eigentlich recht angenehm. Man muss nur noch ein bisschen aufpassen, weil da hinten so eine Bergkette ist. Wo drauf die Leute sich gerne verstecken, um von dort oben runter zu schießen. Oh Gott, daneben. Es ist halt wie der wilde Westen. Du musst halt Reflexe haben. Der, der zuerst schießt, gewinnt. Und das hat schon Lucky Luke damals gesagt. Schneller als der Schatten. Und das müssen wir jetzt hier erleben. Wir müssen das fühlen, Hallucken. Wir müssen schneller als der eigene Schatten schießen. Um hier zu gewinnen. Und vor allem, um in diese Bergkette hochzukommen. Ja, dazu unsere treuer Lava-Skin. Hier oben ist aber gar keiner mehr, oder? Eigentlich sehr, sehr sa... Oh, der ist ein bisschen erschrocken. Sieht sehr sauber aus. Ja, jetzt spawnen sie da hinten. Mal gucken, ob er da gleich kommt. Ja, nein. Kommst du? Nein, kommt nicht. Da haben wir noch nicht viel gerockt hier tatsächlich. Da war der Erste. Der Zweite. Oh, da ist auch einer. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier links ist auch einer. Oh, daneben. Schade. Oh Gott, nochmal daneben. Dritter. Vierter. Ah, guck an. Jetzt langsam werden wir warm. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier war, glaube ich, noch einer. Da. Oh, daneben. Weg, 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 weg. Ah, hat Angst gekriegt. Hinter dir, mein Freund. Ist er weg? Ich kann mir nicht vorstellen, wer so ihn geholt hat. Ah, man muss immer aufpassen. Wie gesagt, wenn man einmal getroffen wird, ist es vorbei. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Weil ich jetzt hier auch nicht vollkommen ablosen will. Das ist ein bisschen mein Ehrgeiz. Das ist ein bisschen geweckt bei Shootern. Da ist er noch. Oh, da war er. Der Fünfte. Hätte er mich fast geholt. Aber mit einer gekonnten Rolle haben wir das nochmal, das Übel. Oh, abgewandt. Oh Gott, daneben in den Pfosten. Hier haben wir. Sechs. Daneben. Sieben. Ich zähle sogar mit gerade. Wir haben echt sieben Treffer schon. Der Erste hat elf. Nicht schlecht. Auch daneben. Nein, der hat uns erwischt. Ah, Boost hat uns erwischt hier. Schade. Na gut. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall gut für unser Team gerade. Also sieben Kills ist schon nicht schlecht. Wir haben 25 zu 9 steht es jetzt gerade. Da war Nummer 8. 26 zu 9. Komm raus da. Guck doch nochmal. Komm. Komm. Oh, der war knapp an ihm vorbei. In dem Haus ist wieder einer drin. Das ist der Sneaky-Typ von vorhin. Daneben. Oh, da kommt gleich auch einer. Ich muss aufpassen. Das Spiel macht so unwahrscheinlich viel Spaß, muss ich sagen. Wie gesagt, wenn ihr mehr Shooter sehen wollt auf meinem Kanal. Oh, der da oben hat kurz rausgeloopt. Oh, der da oben hat kurz rausgeloopt. Ah ne, das war unten. Der Boost wieder. Wenn ihr mehr Shooter auf meinem Kanal sehen wollt, lasst mir einen Daumen da und schreibt mir in den Kommentaren, was ihr gerne sehen wollt. Und dann machen wir das natürlich. Ich würde mich freuen. Oh, der war knapp. Und dann, ja, dann mache ich halt mehr Videos in der Richtung. Wie gesagt, privat spiele ich die tatsächlich sogar ganz gerne. Oh, das wäre ein schöner Abschluss gewesen. Wieder Boost. Boost ist hier mit Abstand unser Endgegner tatsächlich. Der rockt uns ja richtig weg. Der rockt uns ja richtig weg. Aber gut. Das waren auch andere gute Spiele auf diesem Termin. Oh, wie weit war der Schutz von Hawk? Der war ja richtig weit über die ganze Karte. Ich meine, wenn ihr das Spiel nochmal selber spielt, dann wisst ihr, wie schwer das ist, aus der Entfernung zu treffen. Nicht schlecht. Hat er zweimal gemacht sogar. Okay, jetzt wollen wir aber unsere Rache haben. So, den haben wir jetzt mal eingegeben. Ein bisschen gucken. Hier oben müsste der irgendwo sein. Da auf dem Dach, glaube ich. Wenn er noch da ist, holen wir uns den jetzt. Da ist einer runtergefallen. Ich weiß nicht, ob er dann rot ist. Nein. Verstecken ist nicht, mein Freund. Ja, wir sind sehr, sehr, sehr fokussiert. Und wir sehen die Geschichten, wie das passiert. Da haben wir den auch noch. Aber wir sind wach. Wir sind wach. Wir haben 13 Treffer gemacht schon. Das ist gar nicht so schlecht. Das steht 39 zu 26. Die Sherrys haben aber gut aufgeholt. Wenn ihr übrigens mit uns spielen wollt. Oder mit der Community. Den Link zum Discord findet ihr in der Beschreibung. Einfach unter dem Video. Oh, da ist er erwischt worden. Und da könnt ihr auch andere Informationen zu mir finden. Wie Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Falls ihr Lust habt, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Und ich werde bestimmt in Zukunft auch mal das ein oder andere Gewinnspiel machen für euch. Gerade im Bereich Roblox. So, jetzt müssen wir mal weiter gucken hier. Es steht 46 zu 28. Das sieht tatsächlich sehr gut aus, als würden wir das gewinnen. Aber irgendjemand hat da Lust auf mich zu schießen, so wie sich das anhört. Und hat auch getroffen. Hockt wieder. Wieder von dem Dach da hinten. Meine Güte, das ist ja ein Scharfschütze mit dem Revolver. Geiser. Jetzt gucken wir mal, ob das... Oh! Mein Freund, das, was du kannst, kann ich auch. Das kann ich auch. Und da haben wir ihn geholt. Da haben wir ihn geholt. 49 zu 30. Und noch einmal. Du hast es so verdient, mein Freund. Das ist meine Rache gewesen. Zweimal hintereinander. Oder ist er nochmal? Oder nehmen? Ah, schade. Ich hätte gerne nochmal ein drittes Mal gemacht. Wie gesagt, wenn euch das Spiel gefallen hat, lasst einen Daumen da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Oder ob ihr andere Spiele sehen wollt. Und ein kostenloses Abo, um unseren Kanal natürlich wachsen zu lassen. Bis dahin. Ciao.